57 kills ich brauche noch drei kills für 60 moin leute willkommen zu einem neuen video hier vom kanal folge 5 pro sniping diese folge ist richtig nice geworden also guckt euch es auf jeden fall bis zum ende an aber was ich noch sagen wollte ist dass die kamera ein bisschen zu früh reagiert als das eigentliche gameplay deswegen ist da ein bisschen habe ich es ein bisschen verkackt keine ahnung er gab es auf der team verkackt keine ahnung was da los ist und ja aber schaut trotzdem bis zum ende ran deswegen habe ich es hochgeladen weil es eigentlich ziemlich nice geworden ist und ja ich wünsche viel spaß heute haut rein live sniping ach ich sag jedes mal live sniping pro sniping folge 5 so den haben wir pro sniping folge 5 ist da alter ok hier hinter war doch einer gerade ok da hat ihn dank haben wir noch bekommen noch einer so lass mich jetzt wusste dass da jemand war so c spawnen jetzt hier hinter der ist auch da hinter gerannt ok was hat was hat der teammate da gemacht ok ich hab noch gestapet ich geh jetzt einfach mal hier rum und versuche die hey man du fette schwein fette sniper die sind so fett man keine ahnung wo die leute sind man neben b ein fast gestorben komm schon scheiß auf den ok nimmt b ein ich halte die leute davon ab auch noch gerade so mein gott und hat ganzheit so aufgängung braucht kommt er jetzt daraus und jetzt daraus nein die kommen alle hier lang was machst du da er lenkt uns ab was eine stadt direkt neben mir ok er konnte nicht treffen mit dem shop kann alles klar ist draußen und tschüss so gucken jetzt was hier so abgeht so auf man das wäre so nice gewesen Oh, wie viele kommen wir jetzt hier? Okay, wieder drei. Alle drei geholt. Zäger die Gag. Ja, hätte ich mal in eine andere Richtung gucken sollen. 31,9. Eigentlich nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte Bock auf 60 Kills in Herrschaft mit der Sniper. Oh ja, oh nein. Das ist so peinlich, das ist so peinlich. Nein. So, zweite Runde hat Dennis Forrest hier. Bockt sich auf jeden Fall mega hier am Ende zumindest. Das macht der Typ da hinten. Ich check, ist nicht Weihnachts-Noop. Oh mein Gott, wie viele Leute da waren. Ich hätte alle drei holen können, aber nee. Ich hier. Ich bin die ganze Zeit so übelst angefragt. Nein, ich hätte wissen, dass da oben steht und dann auf mich wartet. Oh, okay. Die sind jetzt hier. Bei C. Habe ich aber nie so gut. Von Nett geht raus. Keine Ahnung, ob da jemand ist. Einfach mal pauschal. Und Tschüss. Lol. Damit hätte ich jetzt echt nicht unbedingt gerechnet. So, komm. Oh, da ist jemand. Ich muss auf jeden Fall helfen hier. Oh, Hitmarker, Hitmarker. Was liegst du da unten? Oh mein Gott. Jetzt sterbe ich schon wieder tausendmal. Oh mein Gott. Oh, da habe ich jetzt die Waffe aufgekommen. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden, wenn ich mich so übelst verabriere. Heilig, mein Rene. Ich hätte ihn geholt. Ich hätte ihn geholt. Und dann hätte ich mich umgedreht und dich auch noch geholt. Aber, hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade im Modus. Im Sniper-Modus. Ich weiß nicht. Sniper kennen das wahrscheinlich so. Wenn man übelst gut snipen kann, fast jeden Schuss hittet, dann ist man einfach im Modus drin. Alle Sniper kennen dieses Gefühl. Alle Sniper, die richtig hart ein-auf-harder-machen sind. Und das Gefühl ist das Geilzopfer, es gibt auch der ganzen Welt. So. Jetzt holen wir mal die mal bei C, hoffentlich. Weil ich habe Angst. Ich wusste, ich wusste, dass das passiert. Dass da gerade jemand rankommt. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott. Was labere ich mit dem Pfiff? Oh mein Gott. Und da ist jemand bei B. 48 zu 15. Schaffe ich die 60 Kills? Boah, das wäre so nice. Ich habe ja eine Folge davor. Die habe ich übrigens eine Runde hier vor auch aufgenommen. Oh lol. Ey Leute, wir möchten jetzt das auf jeden Fall gewinnen. Das wäre mega nice von euch. Wenn wir das hin... 50 zu 17. Oh mein Gott. 60 Kills, das kommt schon. Aber wenn ich jetzt sage, ich will 60 Kills haben, dann bekomme ich die eh nicht. Das muss so von alleine kommen. Da kommt einer. Er wird jetzt weggeholt. So und jetzt von hier kann ich die am besten dann... Kann ich die gut wegholen dann. Wenn die jetzt hier gespawnt werden. Werden die natürlich nicht. Dieser Typ, ich hasse ihn. Ich treffe ihn nie. Weil ich sie immer so komisch bewegt, alter. Nein, wir haben A verloren. Mamacita. Wo ist mein Adriana Lima? Ich hasse dieses Lied. Ich habe trotzdem ein Ohrwurm davon. Boah. Ich springe hier schon so rum wie ein Geistesgestörter. Und dann werde ich auch noch geholt, Mann. So, wir müssen jetzt da gespawnt werden. Ja, klar. Warum meine Hitmarker? Warum meine Hitmarker? Sag mir das, bitte. 57 Kills. Ich brauche noch 3 Kills für 60. Ich muss jetzt in Rage-Mode gehen. Check nicht schon wieder Hitmarker. Oh mein Gott. Komm jetzt hier alle. Oh mein Gott, alle sind hier. Mir reichen 60 Kills. Ich habe 60 Kills. Boom. Big Chuck. Ja, ja. 62 Kills. In der Herrschaft mit der Sniper. Oh mein Gott. Das ist mega nice. Wir müssen das noch gewinnen, bitte. Nein, wir verlieren das. Oh nein. Oh nein, scheiße. Wir verlieren das aber. Oh mein Gott. 62 zu 19. What the fuck, Leute. Pro-Sniping Folge 3. Eine Runde davor habe ich Folge 4 aufgenommen. Und eine Folge davor habe ich Folge 3 aufgenommen. Das wurde jetzt offiziell geleakt. Aber ich habe halt nichts über krassen Clip jetzt gespielt. Aber trotzdem. 62 Kills ist das schon ziemlich nice für Ehrschaft. Meiner Meinung nach. Also mein persönlicher Rekord jetzt hier. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.